RWA Schmuck – Finest Collections Herzlich Willkommen bei RWA Schmuck Gerne möchten wir unser Nofretete Schmuckset vorstellen. Du liebst ägyptischen Schmuck? Dann wirst du dieses Nofretete Schmuckset lieben. Das Schmuckset besteht aus einem Anhänger mit Kette sowie ein paar Ohrringen. Die Größe der Halskette beträgt 5 cm, die Kettenlänge 50 cm plus 5 cm zum Justieren. Das Gesamtgewicht beträgt 16 g. Die Größe der Ohrringe beträgt 2,5 cm und das Gesamtgewicht beträgt 11 g. Das komplette Schmuckset ist mit hochwertigem Gelbgold überzogen und ist ebenfalls mit hochwertigen Kristallsteinen verziert. Diese Schmuckstücke können bei einer Vielzahl von Anlässen getragen werden. Sie sind definitiv ein echter Augenfänger und werden deinen Stil und persönlichen Look hervorheben. Sie könnten schon bald dir gehören. Wir haben nur eine limitierte Anzahl vorrätig und diese wird bald vergriffen sein. Worauf wartest du? Bestelle diese außergewöhnlichen Schmuckstücke am besten noch heute. Selbstverständlich werden sie in einem hochwertigen Schmuckkarton geliefert. RWA Schmuck Finest Collections Besuche unsere Webseite auf rwa-schmuck.de RWA Schmuck